Lalalalala, ich bin so gut gelaunt, weil der OMSI 2 so Spaß macht, lalalalala, lalalalala. Fahr ich halt, mein Gott. Oh, ich bin auf der falschen Spur. Das kann ja alles heiter werden. Zumindest die wissen, dass sie mit mir mitfahren wollen, die blöden Idioten. Ja? Hä, was ist jetzt los? Hallo. Halt die Fresse! Was? Achso, Moment. Danke. Eine Fahrgarten bitte. Was? Jetzt bringen wir ihn nicht durcheinander hier, das ist mein erster Tag heute in Nürtingen. Keine Frage. Also, ich checke gerade überhaupt nichts. Gar nicht checke ich gerade. Die Ansage geht trotzdem nicht. Was auch immer. Egal. Okay, 74 nach Bernhausen, das habe ich begriffen. Das ist gut, dieser dezente Hinweis. Hier kommt nichts. Fahren wir durch. Oh, fuck. Schau durch den Berg an da vorne. Achso, da darf ich nicht hoch. Alles klar. Alles klar. Ich habe schon Angst gekriegt. Das muss doch abbiegen, ne? Geht ja nur in die eine Richtung. Oh, Moment, da ist wieder eine Ampel. Oh, fährt der Scheiße. Da ist eine Ampel vielleicht! Und wenn es noch nicht passt, könnte er aussteigen. Also, das ist ja alles total verwirrend hier. Wahrscheinlich geht die Ampel auch wieder nicht. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Da blinkt was. Moment. Ich will nimmer, ich habe keine Lust mehr. Ich gehe jetzt heim. Ah, was ist das für ein Dreck? Jetzt fällt die verkackte Scheiß Ampel da runter. Ich hätte gerade ausfahren können wahrscheinlich, oder? Die eine Ampel. Er leckt mich am Arsch jetzt. Jetzt ist eh schon egal. Jetzt starte ich gerade nochmal. Also. Neues Spiel. Wahrscheinlich stürzt es jetzt wieder ab, ne? So eine Scheiße, ey. Ja, unschön. Unschön my ass, ey. Blöde Kackampel. Ist doch echt zum Kotzen hier. Löschen. So. Wir kriegen das schon noch. Ich fahre das jetzt mal richtig gut. Achtung. Pass auf. Mann. Mann. Also. Nochmal. Wir haben alles im Griff. Vielleicht sollte ich mal das Gesicht hier nehmen. Vielleicht hilft das ja irgendwie beim Fahren. So. Nürtingen ist alles, alles. Okay. Wir starten. nochmal ganz schnell neu. Ja. Ich sehe schon. Das ist wieder der Absturz, ne? Naja. Zugriffsverletzung. Ach komm. Ach. Rutsch mir doch ein Buckel runter, ey. Das kann aber echt nicht wahr sein. Es gibt Momente, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hasse ich den Omsi mehr als irgendwelche. Ich sag's nicht. Ne. Ich sag's nicht. Jetzt hab ich das weggeklickt. Jetzt hab ich das weggeklickt. Jetzt geht's weiter, oder wie? Ne. Geht's nicht weiter. Weil bei Terrain erzeugen steigt er dann aus. Ach komm. Erleck mich doch. Ich muss keine Ansagen einfügen. Das kann doch... Ach komm, jetzt ist er wieder abgeraucht. Das ist doch echt zum Kotzen, ey. Was denn das für ein verkackter Scheißtag? Morgen ist Weihnachten. Ich darf nicht so viel fluchen. Du fluchst, wir lachen. Ja, ja. Passt schon. Ist schon in Ordnung. Ich sag ja, ich muss ja keinen Spaß haben. Ihr müsst ja Spaß haben. Ich werde es jetzt nochmal ausprobieren. So, diese Karte ohne Busse laden. Ihr seht noch nichts. Ich weiß. Ich werde euch jetzt wieder sehend machen. Und dann versuchen wir es noch ein letztes Mal. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann gehe ich selber höchstpersönlich zu Dr. X und schaue den ganzen Abend seinen Livestream und betrink mich dabei. So, Nürtingen, Z-O-B. Es ist schön, dass ihr bei mir bleiben wollt. Aber schaut doch nur mal kurz rüber. Ihr könnt doch vielleicht auch den Browser noch mal einen anderen Browser aufmachen. Geht doch mal rüber. Sagt ihm einen schönen Gruß vom Harry von Frechel-Frotzelt. Er würde ihm gerne zum Geburtstag gratulieren. Aber er kann nicht, weil er hier gerade verzweifelt. Das wäre sehr nett, wenn es wenigstens einer von euch machen würde. Dankeschön. So. Wir versuchen es nochmal. Ein allerletztes Mal. Ich habe das eigentlich auch mal kurz vorher ausprobiert. Da hat das auch geklappt. Truppo 18 guckt beide. Das ist sehr schön. Richt ihm das bitte aus. Schönen Gruß und herzlichen Glückwunsch zu Geburtstag und viel Erfolg. Nächster Versuch. Letzter Versuch. Okay. Dann nehme ich jetzt mal einen Gelenkbus. Weil sonst wäre es zu einfach. Und da muss ich unter Mercedes-Benz schauen. Der Unterschied zwischen Mercedes-Benz und MB ist, keine Ahnung, Gelenkbus. Vielleicht geht es ja mit dem Gelenkbus. Orang-Utan. Baumgarten kann mich ja mal am Arsch lecken. So. Wo ist jetzt hier wieder Nürtingen? Da. So. Ich sage es ihm jetzt nochmal. Zentraler Omnibus-Friedhof. Der Doc hat gerade 80 Zuschauer, sehe ich gerade. Sehr schön. Ist das viel oder wenig? Ich habe nur noch 214. Ich habe verkackt. Hundert Leute haben schon aufgegeben. Ja. Ich habe heute total verkackt. Ja. Ja. Das Geschäft hier ist gnadenlos. So. Dann probieren wir hier mal unser Glück. Öh. Motor ist ausgegangen. Ja. Da muss man nämlich die Bremse drücken. Wenn man da den Gang einlegen will. So schlau bin ich schon mal. So. Also. Alles auf an. Ja, ja. Der Dr. X macht eine Konkurrenz. So sieht es nicht mehr aus. So. Licht. Fernlicht. Äh. Fahrplan. Linie. 74. Umlauf. Weiß ich nicht. Anfang passt. 1532. Passt auch. Sag ich jetzt einfach mal. Wie bis. Und jetzt habt ihr gesagt. Soll ich eingeben. Linie. 0. 7. 4. 0. 0. Route. 0. 1. Bernhausen. Sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Filterstadt. Das kenne ich. Filterstadt. Filterstadt. War Filterstadt. War Filterstadt. War Filterstadt. Fechthochburg. Oder. Handballhochburg. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube irgend so was war es. So. Wir haben noch 19 Minuten Zeit. Das ist schön. Bis dahin finde ich auch noch zu diesem scheiß blöden Bussteig 5. Diesmal mit dem Gelenkbus. Weil es mit dem Normalbus zu leicht gewesen wäre. Ja. So. Der Baum. Ja. Der Baum. Den haben wir im Griff. Und ich bin richtig. So. Jetzt ist nur keiner da der mir sagen kann ob ich richtig geschildert habe. Macht aber nichts. Ist mir jetzt auch egal. So. Wir machen jetzt die Uhrzeit ein bisschen nach vorne. Wir müssen hier auf der Fahrplan da oben. 15.32 Uhr. So. Wir machen jetzt mal 15 Uhr. Was weiß denn ich. 28. Äh. Äh. Es ruckelt gerade ein bisschen. So. Kein Schwanz da. Ich warte mal noch zwei Minuten. Wir haben immer noch über 200 Zuschauer. Warum auch immer. Jetzt habe ich auch noch meinen Moderator an Dr. X verloren. Dr. X freut sich über die Glückwünsche von mir. Das freut mich dass sich wenigstens einer freut. Über das was ich hier mache. Ich habe schon wieder falsch geschildert. Wie denn? Wieso denn? Warum denn? Verstehe ich nicht. Warum? Da ist doch. 74. Hier steht 74. Da steht 74. Da steht Bernhausen. Leute macht mir die wahnsinnig. Hier steht. 74. Und er sagt es auch an. Also erzählt keine Kacke hier. Es läuft. So. Jetzt können wir endlich starten. Es fährt keiner mit. Deswegen mache ich jetzt hier einfach zu. Und jetzt versuche ich es halt nochmal. Jetzt ist halt keiner mitgefahren. Aber das kann mir ja nur recht sein. Weil wenn keiner mitfährt. Kann auch keiner meckern. Und ihr habt es gehört. Er hat es angesagt. Das heißt. Das ist schon mal korrekt. Ich fahre absichtlich so. Ich möchte euch erheitern. Jetzt habe ich natürlich noch einen langen Arsch. Das ist ja. Warum steht denn jetzt der nächste Hals? ZOB steigt 5. Das ist doch. Das ist mir echt zu hoch hier. Verflucht normal. Das könnte es gewesen sein, das Problem. Manuell geschildert. Wer weiß schon. Genau. Ich blinke jetzt auch. Ihr wisst ja. Abknick die Vorfahrt. So. Da müssen wir rechts. Das habe ich mir gerade noch gemerkt. Richtig, richtig. Jetzt wird es rot. Jetzt sind wir angekommen beim OMSI 2. Jetzt beginnt der Livestream. Jetzt beginnt auch hier auf YouTube. Vergesst es doch einfach. Jetzt könnt ihr euch übrigens auch mal wieder anstrengen. Jetzt könnt ihr mal wieder eure Bekannten einladen und sagen, dass die kommen sollen. Weil ab jetzt geht es richtig los. Das habe ich euch schon mal erwähnt. Ich habe mir heute tierisch die Hand geprellt mit dem Fahrrad. Ich bin so halb in eine Baustelle, in so ein Baustellengitter reingedonnert. Konnte noch mit der linken Hand nicht so abfangen. Hatte sogar Handschuhe an. Das war gut, aber es tut sauweh. Mal ein bisschen Mitleid hier bitte in den Live. Ich sehe gerade, ich habe noch eine 10 Euro Spende bekommen. Das ist eine Mitleidsspende von Lediard aus der Schweiz. Danke, danke, danke dafür. Und gerade aus der Schweiz, das wundert mich. Aber es gibt ja auch Schweizer, die verstehen meinen Humor. So drei bis vier, glaube ich. So, jetzt muss ich eigentlich noch gar nicht so vorsichtig fahren, weil es ist ja noch keiner da. Aber jetzt läuft es. Jetzt die Strecke fahren wir jetzt super. So, ich biege jetzt nicht hier links ab, sondern ich fahre ja geradeaus. Total bescheuert. Also das ist ja total bescheuert. Da muss man aber erst mal drauf kommen. Uah. So. Oh je, jetzt haben wir gleich Fahrgäste. Jetzt habe ich leider keine Ausrede mehr. Verdammt. Los ihr Pack. Könnt ein bisschen laufen. Hallo. Hallo. Hexen. So, also. Jetzt wird es richtig ernst. Warum wird es jetzt eigentlich Nacht? Das ist doch total scheiße, ey. Der verkackte Winter, ne? So, jetzt muss ich da irgendwie einigermaßen heil durchkommen. Nächster Halt. Weckerbrücke. Ich sag doch, es läuft. Man muss sich nur lassen. Willkommen zu meinen letzten Worten für diese Episode. Ich habe einen Kommentar entdeckt unter dem Let's Play Happy Wheels Folge 12. Die Episode hieß Tod im Märchenwald. Und da schreibt ein gewisser Michi Games folgendes. Harry, sag sowas nicht, wenn ich esse. Der hat die Mine in sich aufgesaugt und durch seinen After hinausgefurzt. Habt ihr das gesehen? Michi Games, iss nicht, wenn ich sowas sage. In dem Sinne, bye bye, ciao ciao.